also ich finde es ganz toll dass heute leute stopp ich fange noch mal an ich finde es ganz toll dass jeder filme machen kann denn ich komme aus einer zeit wo filme machen das herrschaftswissen war und ich habe mich immer ein bisschen behindert gefühlt weil ich nie allein einen film machen konnte sondern immer kameramann tonmann dings also viel geld wurde ausgegeben und viele leute wurden gebraucht und sehr teure maschinen und ich bin sehr froh selbst dass ich jetzt film machen kann wo ich stehe und einfach aus meiner hosentasche ein telefon raus ziehe und damit ein film machen und das möchte ich auch anderen leuten zeigen und sagen hey das ist einfach dort auch professionellen film zu machen den man fürs web braucht den man für facebook braucht den man jetzt überall braucht weil content inhalte sich viel besser vermitteln mit laufenden bildern und in dieser zeit leben wir jetzt in diesen trend sind wir jetzt drin dass es nicht mehr nur um print geht oder um fotos sondern eben wenig inhalt in bildern drin und die ganze dramaturgie und kraft der bilder eben benutzt wird